Heute machen wir mal einen langweiligen Film. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir jede Woche oder jeden Tag mehrere Anfragen bekommen. Diese Anfragen gleichen sich im Prinzip alle in ihrer Art, wie sie aufgebaut sind und theoretisch antworten wir auch immer gleich. Damit wir das Thema in irgendeiner Form abkürzen oder visuell darstellen, würden wir das gerne heute mal plastisch darstellen, was wir darunter meinen, wenn wir zum Beispiel auch fragen, wie bereitet man eine Karuserie vor, wie transportiert man das, wer macht den Transport, warum macht man den Transport, was müssen wir beachten, was muss der Kunde beachten und vor allem, was tun wir eigentlich am Schluss, wenn wir die Karuselien in irgendeiner Form in unserer Hand bekommen und was für ein Ergebnis dann am Schluss rauskommen, weil es gibt manchmal Situationen, wo der Kunde einfach unser Tun nicht versteht und das sehr kritisch hinterfragt und damit das Thema in irgendeiner Form abgeschwächt wird, würde ich das gerne heute plastisch darstellen. Das Thema Anfrage. Wir kriegen eine Anfrage und die Anfrage lautet, ja guten Tag, wie auch immer, ich habe dann sechs Anbauteile und der Kunde nennt leider nicht die Karuserie oder er sagt nicht, welches Auto. Wahrscheinlich hat er einen Ferrari und er möchte nicht, dass ich ihm einen Ferrari-Preis mache, aber er sagt einfach irgendwelche Abmessungen. Das Thema für uns ist, eigentlich kennen wir schon die meisten Fahrzeuge und wir gehen eigentlich ausschließlich nach Größe und nicht nach Nase und auch nicht nach Marke. Wir achten darauf, wie groß das Auto ist, wir achten darauf, wie viele Teile bringt der Kunde tatsächlich mit und wir achten darauf, ob Aluminium oder Stahl in irgendeinem Verbund da ist. Das ist für uns wichtig, was zum Beispiel nicht funktioniert, wenn ein Kunde, Beispiel Ferrari, einen Testarossa bringt mit eingeklebten oder eingedübelten Aluminiumböden und sagt entlacken. Wenn ich das tue, dann ist zumindest der Aluminiumboden einfach weg. Bitte achtet darauf, dass Aluminiumteile zumindest gekennzeichnet werden. Wenn sie nicht gekennzeichnet werden und wir das in irgendeiner Form doch nicht wissen, dass es Aluminiumteile sind, dann sind sie halt im Zweifel einfach weg. Schade für mich, schade für den Kunden, aber wir haben das ganz klipp und klar gesagt, wie und weshalb. Deswegen ist es für uns wichtig, schreibt einfach Aluminium mit einem Edding, dann funktioniert das. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Gestell. Das ist wirklich ein sehr kontroverses Thema. Das Gestell ist nicht nur für den Kunden zwingend, sondern auch für uns. Der Kunde sagt, brauche ich nicht, ja, ich mache das irgendwie, aber ich bin mir ziemlich sicher, er braucht das, weil eine Karuserie, naja, einfach 400 Kilogramm wiegt. Lass es 300 Kilogramm sein, aber zu zweit oder zu viert trägst du sie nicht. Ein Porsche kann man zum Beispiel zu sechs tragen. Den da, das ist ein Volvo Amazon, auch noch Kombi oder Universal, trägst du sicherlich auch nicht zu sechs. Man fragt uns, was ist, wenn ich denn auf Euro-Palette komme? Kein Problem, Euro-Palette. So, Euro-Palette hat den Vorteil, der Kunde muss nichts können. Wir können das selbstverständlich mit dem Stapler vom Hänger abnehmen, vom Hänger, auf den Hänger wieder drauf tun. Aber wichtig für uns, natürlich kann der Kunde auch im Winter, im Salz und im Schnee offen kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Klar ist das jetzt ein Beispiel in Mini. In Mini nimmst du zu viert, trägst den einfach auf den Hänger, da brauchst du kein Gestell. Aber wir tragen die Karuserie nicht. Wenn ein Kunde ein Auto auf einer Palette bringt und er sagt, ich möchte explizit kein Gestell, dann muss er davon ausgehen, dass ein Udo oder ein Abas die in irgendeiner Form anfasst. Ja, wir fassen die an, vielleicht mit dem Stapler ziehen können, vielleicht mit dem Seil. Aber in irgendeiner Form berühre ich dann fremde Autos, was ich eigentlich zwingend machen muss, aber eigentlich gar nicht machen will. Wenn wir ein Gestell haben, fassen wir das Auto nicht an. Wir fassen nur das Gestell an. Punkt eins. Punkt zwei. Später wird Karuseriebau und Lackierung gemacht. Wie wollt ihr das machen? Wollt ihr das auf Paletten tragen? Wollt ihr das selber umdrehen und dann auf vier Reifen legen, so wie in der polnischen Wallachai. Kann ich alles auch. Mit Sonnenkühlung oder Sonnenheizung kann man das immer machen. Aber eigentlich braucht man ein Gestell. Drittens, was viele nicht wissen, das tragende Element bei einem Auto ist der Innenschweller und nicht der Außenschweller. Aber das Auto ist für uns perfekt aufgemacht. Wir können hier tiefer entlackern, tiefer, entrosten, besser beschichten. Aber das Gestell stützt auch ein bisschen die Karuserie. Das heißt, würde sie lose rumliegen, müsste sie wieder auf den Boden. Das heißt, es belastet in irgendeiner Form die Karuserie und ein Gestell eliminiert solche Lasten und unterstützt auch im Falle einer Last. Ah, wichtiger Punkt. Siehst du, da stehen jetzt zum Beispiel ein offener und geschlossener Anhänger. Vor uns spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Karuserie nass ankommt. Also Feuchtigkeit ist überhaupt kein Problem, weil der wird noch 120.000 Mal feucht. Aber wenn die Karuserie KTL beschichtet ist, dann muss zwingend die Karuserie im geschlossenen Anhänger wieder abgeholt werden. Das ist sehr wichtig. Die Falze sind nicht beschichtet, wie viele eigentlich meinen, sondern der Rostschutz basiert auf der Dichtnaht. Und genau diese Dichtnaht nehmen wir weg. Regen oder eine nasse Karuserie, das wäre sehr kontraproduktiv zu dem, was wir hier tun. Deswegen vor uns offen kein Problem, nach uns geschlossen zwingend oder wir übernehmen einfach keine Verantwortung für alle Folgeschritte. Das ist sehr wichtig. So, zum Thema Gestell. Manchmal übertreibt es der Kunde mit dem Gestell und macht daraus in irgendeiner Form eine Doktorarbeit. Ja, das bedeutet, er hat sich dann Aluminiumschwenkhalter oder irgendwelche sonstigen Halter ausgedacht und dann verschiebbare Achselemente. Bitte diese Flügeltürerkonstruktionen nicht zu uns bringen. Einfach Vierkantrohre, 50er, 60er Durchmesser, wegen mir zwei oder drei Millimeter stark, fest am Auto verschraubt. Schön wären zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen und nicht vier Lenkrollen. Warum? Ihr habt hier Autos auf dem LKW. Das Aufladen mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen ermöglicht einfach, dass vorne einer an der Seilwinde dran zieht, das Auto festhält und dann auf den Träler aufzieht. Wenn ihr vier Lenkrollen habt, eiert euch das Heck und die Front im Prinzip. Dann braucht ihr drei Leute, um so ein Auto abzuladen. Und zweitens, kosten die Dinge einfach mehr. Das kann man sich sparen. Ein weiterer Punkt, Thema Rollenqualität. Das da sind sicherlich sehr teure Rollen. Bestimmt 50 Euro das Stück und gummiert. Die hier ist natürlich toll, das ist eine tolle Rolle. Aber, Moment, wenn du diese Rolle mit dem Gurt belastest und die Rolle steht schief und während du zu uns kommst, dann ist die Felge weg. Dein Gurt ist lose. Wenn du Pech hast, verlierst du das Auto. Also, ich habe schon Autos verloren wegen der Nummer. Deswegen, Vollkunststoffrollen sind a günstiger, wirklich sehr preiswert und sie können mehr Last, sie rutschen nicht ab. Diese Rollen funktionieren. Diese Rollen sind Müll. Das Thema Gestell. Alle Füße, Sacklöcher etc. sollten ablaufen können. Hier ist dein Loch. Wenn es hier voll läuft, läuft es hier wieder leer. Viele machen hier kein Loch. Das bedeutet, wir haben hier stehende Flüssigkeit. Wir gehen in die KTL. KTL kocht, versaut hier womöglich das Rad raus. Kunde ist unglücklich, war nicht mein Gestell. Schade drum, der Letzte im Glied bin dann ich. Das sollte man vermeiden. Dann das Thema Breite. Ihr seht, das Auto ist 1,80 Meter, aber das Gestell ist breiter. 20, 30 Zentimeter über dem Boden, 50 Zentimeter über dem Boden funktioniert. Ungefähr so breit wie das Auto funktioniert auch. Alles andere ist nicht gängig. Falls ihr kein Gestell habt, aber ihr wollt ein Gestell, gerne bauen wir euch ein Gestell. Das sind zum Beispiel so klassische Gestelle von uns. Wir haben immer vorgefertigte Gestelle da. 380 Euro netto und euch gehört ein Gestell. Könnt ihr gerne behalten. Natürlich achte ich darauf, dass die Plakette dort nicht ist. Wir bauen die ab. Aber wir sind auch nur Menschen, wenn der in den Prozess reingeht mit der Plakette, ist diese Plakette weg. Die muss auf jeden Fall raus. Wie fahre ich denn eine Karuserie? Vorbildlich, der Kunde baut im Scharnier mit zwei Schrauben, nimmt am Rahmen mit zwei Kabelbindern. Die Karuserie bleibt im Prinzip intakt. Das sitzt im Rahmen, das ist fest, das kriegt keine Beulen, das funktioniert. Die Haube ist mit zwei Schrauben noch dran. Der Rest ist im Prinzip separat. Diese Art ist eigentlich in meinen Augen perfekt. Alle anderen kleinen Teile kann er separat mitbringen. Letztes Mal habe ich beinahe einen Hammer auf den Kopf bekommen, weil ich einem ein Loch ins Dach gebohrt habe. Dann fragt man sich, mein Auto hat ein Schiebedach und ich habe jetzt ein Loch im Dach. Ja, dein Dach ist zufälligerweise drei Meter lang. Dein Schiebedach ist hier vorne. Aber hier entsteht eine Glocke. Diese Glocke muss man eliminieren, indem man hier eine fünf oder eine drei Millimeter Bohrung macht. Die brauchen wir, weil wenn das Auto aus dem Bad austaucht, entsteht ein Unterdruck. Dann macht es und das Dach zieht sich rein. Hat es ein Loch, bleibt das Dach intakt. Das Dach oder das Loch im Dach ist zwingend notwendig. Wir müssen das machen. Das Thema, wie bereite ich die Karuserie vor in Form von Unterbodenschutz abkratzen, Dichtmatten raus oder irgendwelche Schallschutzmatten entfernen. Einfach gar nicht. Braucht man nicht. Das funktioniert. Das heißt, ihr könnt euch die Arbeit sparen. Alles, was organisch ist, bis zu 70 Kilo am Auto ist einfach fortweg verloren. Oder Thema Transport. Der Kunde sitzt in Hamburg, der sitzt in Stuttgart. Er guckt auf die Landkarte und stellt fest, 680 Kilometer Einweg. Dann sagt er, ich fahre jetzt nach Norwegen und lasse nur entlacken für 3.000 Euro. Das andere habe ich nicht verstanden. Das zweite Beispiel. Er ruft bei uns an oder schreibt uns eine E-Mail. Sehr geehrte Firma Karblast und Entlackungsfabrik. Ich habe irgendeine Pagode. Ich habe sie jetzt zerlegt. Was muss ich beachten? Ich hätte gerne ein Angebot Entlackern und Rosten KTL plus Transport. Wir antworten. Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir fragen zurück, ist das zerlegt? Ja, nein. Wir fragen zurück, gibt es ein Gestell? Ja, nein. Dann fragen wir zurück, Transport. Falls wir den machen, wo holen wir ab? Bitte um die Adresse. Wen rufen wir an? Wann sollen wir das tun? Was wir nicht können, wir können auf keinen Fall Deutsche Bahn spielen. Wir können nicht 16.03 Uhr irgendwo am 13.04.2023 an irgendeiner Straße stehen, weil der Kunde jetzt einen Termin hat. Um 14.22 Uhr kommt dann ein LKW. Das funktioniert auf keinen Fall. Das geht nicht. Wir gucken uns das an und fragen zurück. Sehr geehrter Kunde, wohnst du in einer Sackgasse? Ja oder nein. Ist das ein Wohngebiet? Ja oder nein. Können wir mit einem 18 Meter LKW zufälligerweise bei dir vorbeifahren? Ja oder nein. Rollt die Karuserie? Falls nein, Stapler? Ja oder nein. Stapler ist immer zwingend, wenn es kein Gestell gibt. Wenn der Kunde ein Gestell bestellt bei uns und sagt, ich würde gern ein Gestell. Wir fahren kein Gestell nach Hamburg und montieren das am Auto. Wir sind keine Gestell-Transportfirma, sondern wenn das Auto hier ankommt, bauen wir passend am Auto, bleibt am Auto. Aber das Auto kommt entweder auf Palette oder auf zwei Holzbalken mit vier Rollen. Aber in irgendeiner Form rollt das oder es gibt einen Stapler. Und was wir auch nicht machen können, wir fahren niemals wegen einem Auto irgendwo hin. Wir sammeln das drei, vier, fünf Stück auf einer Route und dann holen wir die in einer Sammelroute ab. Das bedeutet, das kann auch mal eine Woche oder zwei dauern, bis wir die Route haben. Aber wir sind regelmäßig alle zwei Wochen im Norden oder zwei Wochen im Süden. Aber wir fahren jede Woche einmal hoch oder nächste Woche dann wieder runter. Das machen wir eigentlich regelmäßig. So, wir haben jetzt etwas langweiliges hinter uns. Das heißt, wir haben das Thema, wie kommt ein Auto zu uns, was beachtet man dabei, wie transportiert man, wie baut man ein Gestell. Ah, übrigens, es gibt eine Gestellskizze unter Downloads bei der Entlackungsfabrik oder unter Car Blast Konstruktionsgestell findet man eigentlich ganz leicht im Google. Da haben wir im Prinzip etwas Vorgefertigtes, also eine Zeichnung dazu. Wir haben besprochen das Thema Aluminium und Separieren. Wir haben besprochen das Thema Loch im Dach oder notwendige Löcher im Boden. Wir haben besprochen, wir fahren offen zu uns und wir fahren geschlossen nach Hause. Naja, und was wir auf jeden Fall besprochen haben, wir als Car Blast können keine Autos aus irgendwelchen Skihütten tragen. Wir können sie entweder nur mit dem Stapler oder mit dem Lkw hinten und wenn wir Transport machen, müssen wir mit großen Lkw fahren, nicht wegen einem, sondern wegen mehreren Autos. Deswegen wären Wohngebiete mit sehr engen Blumenkübeln für uns wirklich sehr kontraproduktiv. Also, ich hoffe, das hat nicht nur mir Spaß gemacht, sondern auch ein bisschen euch Spaß gemacht. Die sehen immer so böse aus, bin ich aber gar nicht. Ich probiere mich eigentlich nur zu konzentrieren, dass ich nichts vergesse und dabei sehe ich eigentlich aus wie ein Gangster. Aber ich hoffe, wir hatten alle Spaß. Ich habe aufgeklärt. Und in diesem Sinne einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.